Im heutigen Video werden weitere paranormale Ereignisse, die auf Bahn aufgezeichnet wurden, präsentiert. Aber bevor wir beginnen, möchte ich alle neue Abonnenten, die frisch dazugekommen sind, herzlich willkommen heißen. Nun ohne weitere Umschweife legen wir los. Das folgende Video wird auf TikTok von Nutza am Arcade Haunting gepostet. Das Video fängt ziemlich angenehm an. Wir sehen seinen Hund und wie er sich mit ihnen unterhält. Was als nächstes passiert, würde kaum einer von euch jemals erwarten können. Nur wenige Zentimeter von den Hunden entfernt landet der riesige Lautsprecher auf dem Boden. Wenn man ranzummt und man es sich genauer anschaut, bemerkt man, dass es für den Lautsprecher unmöglich wäre, von allein runter zu rutschen. Dank der Audio in dem Clip können wir feststellen, dass die Anlage ebenfalls nicht angewiesen ist, was die Vibration als Ursache von Verrutschen ausschließt. Der Lautsprecher selbst wird mit zackigem Schub bewegt, was vielleicht auf eine Schnur hinweisen würde. Aber ich denke nicht, dass ein Hundebesitzer seinen vierbeinigen Freund einer Verletzungsgefahr aussetzen würde, um 4000 Aufrufe zu erlangen. Es sei denn, er hat die Innenteile von diesem Lautsprecher ausgebaut und somit das Gewicht von diesem Ding auf ungefähr 100 Gramm reduziert. Wobei dem Hund in dem Fall außer Schreck nichts passieren würde. Ob es real oder fake ist, das überlasse ich vielmehr euch. Nummer 7 Zu dieser Aufnahme gibt es nur wenige Informationen. Sie würde von einer Sicherheitskamera auf eine Straße aufgenommen. Ja, sieht so aus, als würde sich ein Geist eine Spitze gönnen. Sonderlich weit kann man jedoch nicht. Der folgende Clip würde auf TikTok von User Sarana Vibes gepostet. In dem Video sehen wir, wie ihre Tochter mit einem Pluschtier spielt, als etwas Unvorhersehbares passierte. Das Pluschtier rückt seinen Kopf schnell zur Seite, obwohl alle anderen Bewegungen des Kindes auf ihn keinerlei Einfluss zeigen. In den letzten Wochen auf TikTok ist dieses Video viral gegangen. Es zeigt einen Insekten, der die Nummer 36 auf seinen Rücken trägt. Die Verschwörungstheoretiker weltweit haben schon die Wand angeschissen. Dass diese Insekten künstlich hergestellt wurden, um als Spionageeinheiten oder biologische Waffen der geheimen Weltregion zu dienen. Komischerweise ist ein zweites Video aufgetaucht. Das einen anderen Insekten zeigt, dass auch was an dem Rücken hat. Man kann aber keine Nummer an ihn erkennen. Ich hole mir inzwischen mal Popcorn und beobachte, wie sich das Ganze entfaltet. Und nebenbei als Kommentar sage ich dazu, Fehler geschehen. Selbst in der Natur. In der neuen Episode von The Haunted Side, das auf YouTube publiziert wurde, Link in der Beschreibung. Erkundet Patrick das gespenstische Schulzhaus des Horrors, das sich in The Rotunnel Ghost Town befindet. Obwohl Patrick viel Erfahrung mit der Erkundung des Paranormalen mit sich bringt. Auf einiges kann man sich einfach nicht gut genug vorbereiten. In den ersten 20 Minuten des Videos passiert nicht sonderlich viel. Obwohl die Atmosphäre des Hauses ziemlich creepy ist. Nach der 20. Minute hört Patrick etwas seltsames. Untertitelung des Hauses 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 Wenige Minuten danach entschied sich Patrick zum anderen Teil des Hauses zu gehen. Nachdem er sich beruhigt hatte, kam er wieder zu den Stühlen zurück, um weiter zu ermitteln. Als er in einen anderen Raum betreten hatte, stellte Patrick Fragen und wurde potenzielle Antworten von dem paranormalen Wesen aufzunehmen. Nun, die Antwort kam wesentlich verständlicher, als er erwartet hatte. Nummer 3 Der nächste Clip wurde von einem südkoreanischen YouTuber namens Didok Mikul hochgeladen. Ihr könnt den Link zum vollen Video unten in der Videobeschreibung finden. Dieser YouTuber befasst sich hauptsächlich mit der Erkundung verlassener Orte in der Hoffnung, etwas Paranormales aufzunehmen. Erstmal hört er nur Geräusche. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Aber eine Minute später nahm er etwas Unheimliches vor dem Fenster des Gebäudes auf. Weitere Minuten später möchte er eine Decke runterziehen, um zu gucken, was drunter ist, als Folgendes passierte. Was ist denn da? Was ist denn da so viele Sachen? Was ist denn da? Was ist denn da? Nummer 2 Der Bruder von diesem Reddit-Nutzer, Pian H3230, kam zu nahem Kontakt mit einem unidentifizierten Flugobjekt. Wo's the other one? We don't know what the hell that is. Where's the other one? I don't know where the other one is now. What is that? What in the name of f*** is that? It's probably like, it's really low so it's about the height of a building. So it's not like up in the sky. What in the name of f***, what is that? Okay, so there's two, where's this, I don't know where the second one is now. Right, I'm just gonna focus on this one. There was two, oh no there is like, where is it? There's the second. In East Kilbreed, Scotland am 10.09.2022, gegen 8 Uhr abends, nahm er dies mit seiner Kamera auf. Der Videoposter erläuterte in den Reddit-Posts, dass die Objekte ungefähr die Größe eines Jeeps hatten. Mehr Informationen gibt es zu dieser Aufnahme nicht. Die nächste Aufnahme wird in Paraguay aufgenommen. Eine Mutter nahm ihren Sohn auf, als plötzlich die Hunde anfingen, sich merkwürdig zu verhalten. In der Aufnahme selbst kann man hinten im Gebüsch etwas Seltsames sehen. Que es lo que ya estabas haciendo recién, dime. Decime, eh? Ich habe ein Wunsch. Wer will dir das tun? 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 Die Zuschauer sind geteilter Meinung. Manche sagen es ist ein unbekanntes Tier, manche meinen es war ein Alien und andere wiederum behaupten, dass es ein Pumbero ist. Ein Pumbero ist eine mythologische Krato in der Folklore von Argentinien und Paraguay. Er wird als eine kleine, haarige, humanoide Gestalt beschrieben, was die meiste Zeit in den Wäldern verbringt und Hühner klaut. Vielen Dank fürs Zuschauen und falls ihr mehr sehen wollt, hier ist eine Playlist, die sollte euch locker für eine Stunde unterhalten können. Vielen Dank für's Zuschauen und unsere Zuschauer! Vielen Dank.